Hey, 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 hallo, es ist spannend, hey! Na, meine Freunde, es kommt ein sehr, sehr spannendes Gerücht eben rein, der SSC Neapel, italienischer Meister, zeigt wohl Interesse an Felix Urukaga, die Quelle ist hier das italienische Portal Calcio Mercado, sehr, sehr spannend, also sie waren schon mal an ihm dran, beziehungsweise interessiert Und wenn das wirklich so ist, verstehe ich wirklich auch, warum Felix Urukai seinen Vertrag bei uns nicht vorzeitig verlängert will. Weil wenn ein italienischer Meister anruft, dann müssen wir uns nichts vormachen, dann kommt vielleicht jeder mal ins Grübeln. Wahrscheinlich gibt es hier wirklich interessante Teams, die an ihm dran sind und deswegen möchte er nicht vorzeitig verlängern beziehungsweise sogar wahrscheinlich den Verein schon diesen Sommer verlassen. Also ich kann es mir wirklich vorstellen. Wie kommt das zu dem Ganzen? Also Neapel verliert ja mit Kim ihren absoluten Top-In-Verteidiger an den FC Bayern. Ein richtiger Brecher, den werden sie auch so eins zu eins nicht ersetzen können. Das Geld wird man wohl investieren in einen oder zwei neue Innenverteidiger. Man hat die Option zwei zu holen für etwas weniger Geld, Ablöse oder einen Top-In-Verteidiger. Hier ist auch ein Verteidiger aus Wolverhampton Premier League im Gespräch, der deutlich teurer wäre. Uruk-Kai wäre die billigere Lösung für Neapel. Ablöse wohl um die sieben Millionen werden Stand jetzt gehandelt. Felix hat einen Marktwert von, meine ich, achteinhalb Millionen. Also schauen wir mal, was da wirklich dann am Ende bei rausspringt, falls es zum Deal kommt. Und ja, der Neapel, SSC Neapel braucht einen Innenverteidiger. Und sie schauen viel in der Bundesliga. Es gab auch Gerüchte zu Itakura von Gladbach. Es gab auch Gerüchte zu Mafropanos von Stuttgart. Auch Ito von Stuttgart. Also letzten Endes gucken die durchaus hier in der Bundesliga. Und Felix Uruk-Kai, wie gesagt, war schon mal auf dem Zettel. Sie scheinen hier auf jeden Fall überzeugt von ihm zu sein. Gerade als Linksfuß wahrscheinlich ist einfach ein interessantes Profil. Bei Felix muss man ganz klar sagen, er ist ein guter Spieler. Er war aber auch verletzungsanfällig und er könnte uns jetzt schon gut Ablöse einbringen. Aber wenn er geht, da stehen wir schon ein bisschen anders da jetzt in der Innenverteidigung. Man sieht ja auch bei Gube, bei unserem Kapitän, weiß man ja auch nicht, geht er jetzt noch ein Jahr in die Saison oder werden wir ja auch bereit sein, ihn zu verkaufen. Stellt euch mal vor, Gube und Uruk-Kai verlassen uns im Sommer, was durchaus nicht unrealistisch ist. Auf einmal haben wir nur noch Pfeiffer-Bauer in der Abwehr. Frederik Winter und Nenweger. Und das ist schon ein bisschen wenig. Also da kann man, finde ich, eher schon mit Viererkette flannen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum Enno gerade in den Testspielen viel Viererkette spielt. Und die Dreierkette ist weniger eine Option. Reece Oxford nenne ich aktuell gar nicht, weil bei Reece weiß man wirklich nicht, wie lange sich das mit den Long-Curve zieht, ob überhaupt, wann überhaupt er zurückkehrt. Das steht völlig in den Sternen. Also mit ihm kann man aktuell überhaupt nicht planen. Sprich, wir haben dann drei nominelle Innenverteidiger mit Winter, Bauer und Pfeiffer. Pfeiffer ist auch die ersten drei Spiele ja gesperrt in der Bundesliga. Und Vega hat in der IV wirklich überhaupt nicht gut ausgeschaut in seinen Spielen. Und da hat man ja die Kaufoptionen jetzt auch noch nicht gezogen. Könnte natürlich sein, wenn man Uruk-Kai verkauft, dass man Vega dann reinvestiert, das Geld in die Kaufoptionen zieht. Aber Vega ist für mich absolut kein Innenverteidiger. Da sah er wirklich nicht gut aus. Hat er die Räume nicht gut zugestellt. Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Für mich ist Vega einfach eher ein Sechser. Also Leute, es wird sehr spannend. Ich schaue mir auch heute natürlich das Testspiel an. Vielleicht kommt auch heute nach dem Spiel noch die Analyse dazu. Fakt ist, wir haben in allen Testspielen eher Viererkette gespielt. Und Winter ist regelmäßig gestartet. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Und man hat ja jetzt auch noch folgende Info. Ich habe es euch ja gestern noch reingepostet, dass folgende Spielerbetonung vorerst nicht verlängert wird. Also noch kein Grund zur Panik. Iago, da wissen wir ja, dass es hier durchaus die Möglichkeit gibt, dass er uns diesen Sommer verlässt. Sogar relativ hohe Wechselwahrscheinlichkeit. Starnic, okay. Kubek war eigentlich auch klar. Basé, weiß man ja, befindet sich scheinbar schon in Gesprächen. Maurice Malone hat man scheinbar wirklich auch die Entscheidung getroffen. Hier nicht zu verlängern. Auch die Wechselwahrscheinlichkeit relativ hoch. Aaron Zehnter finde ich extrem überraschend bei ihm. Glaube ich aber, gilt das Thema vorerst. Aber ich würde den sofort verlängern, bin ich ganz ehrlich. Denke aber, da wird es noch dazu kommen. Framberger auch logisch. Jeff hat uns alle getroffen. Muss man nicht drüber reden. Da hat man wirklich von Vereinsseite entschieden, dass man nicht will. Da weiß man aber auch wirklich nicht, ob er nächstes Jahr noch bei uns ist. Also es ist höchst brisant, die Situation. Und Felix Urukai wollte selber nicht. Sprich, wenn man diese Interessenten hört. Wir wissen ja noch nicht, was im Hintergrund läuft. Dann kann man es vielleicht irgendwo nachvollziehen. Und ja, es ist eine spannende Situation. Scheinbar, laut dieser Quelle, gab es sogar schon Kontakt zu den Beratern. Also es ist ein bisschen weiter. Man muss das alles mit Vorsicht genießen. Es wird auch öfters mal ein bisschen Halbwahrheiten im Internet verbreitet. Fakt ist, ich kann mir gut vorstellen, dass Urukai interessante Teams hat, die im Hintergrund an ihm dran sind und deshalb eben den Vertrag nicht verlängert will. Und der SSC Neapel wäre natürlich für ihn persönlich eine Monster-Adresse. Aber mal schauen. Auch die stehen vor einem großen Umbruch. Wie gesagt, ihre Top 3 sind überall begehrt. Quaratzkela wird mit Newcastle in Verbindung gebracht. 95 Millionen. Boah, was für Summen. Und ein Ossie Mann ist auch in ganz Europa begehrt, ihr Top-Mittelstürmer. Und Kim haben sie ja schon an Bayern verloren. Das waren die drei absoluten Topspieler dieser Mannschaft. Und sie könnten noch alle absolut fraglich, ob sie nächstes Jahr überhaupt im Kader stehen. Also falls Urukai da hinwechselt, heißt das nicht, dass er nächstes Jahr dasselbe vorfindet, wie es jetzt im letzten Jahr war, dass das Team so gut ist. Weil die könnten schon einige Spieler verlieren. Aber nichtsdestotrotz unglaublich spannend. Die nächsten Wochen müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass es viele Gerüchte geben wird zu den Spielern, wo wir den Vertrag vorher nicht verlängern, weil jetzt natürlich auch einige Teams anklopfen werden und das natürlich auch mitbekommen haben. Garten Maurice Malone, Basé, Iago, Urukai sind natürlich extrem interessante Spieler und auch ein Jeff. Da werden auch Teams anklopfen. Sprich, da können wir uns auf einige Videos einstellen und einige Gerüchte, die vielleicht auch nicht stimmen. Aber eins wird dann wohl stimmen. Ein paar werden uns auch verlassen. Spannende Phase, Leute. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde euch hier komplett natürlich auf dem Laufenden halten, wie immer. Und ansonsten muss man jetzt fast darüber nachdenken, notfalls noch auf der Innenverteideposition tatsächlich was zu tun. Wer hätte das gedacht jetzt noch vor wenigen Tagen? Es kommt vielen natürlich jetzt auf Jeff an, ob er mit uns ins nächste Jahr geht oder nicht. Genau. Ansonsten, meine Lieben, heute haben wir ein Testspiel 18.30 Uhr. Ich werde voraussichtlich nach dem Testspiel auch die Analyse zum Spiel hochladen. Geplant ist heute. Wenn es heute nicht rauskommt, dann morgen Vormittag. In diesem Sinne, Daumen nach oben, würde mich freuen. Wir müssen damit reden, dass es jetzt Gerüchte gibt von Spielern, die uns verlassen werden. Und ich sage, ciao, ciao. Bis bald.